Der Almdudler. Der Almdudler. Nein, überhaupt nicht. Der Resigeur. Und der Protagonist. Nö, nö. Und ich sehe bestimmt total verranzt aus. Da können Sie sich doch echt mit wetten. Da fahren Sie auch nach Hause, ne? Ich will aber auch nach Hause wegsehen, will ich gut aussehen. Was ist, wenn jetzt mein Prinz vorbeikommt? Oder meine Prinzessin? Der denkt direkt, der denkt direkt, der denkt direkt. Boah, wer ist das denn? Kick nicht, du Kau, Jumi. Sonst hier mit Paube. Wie Kit-Kat-Omme. Ja, die du auch. Was von Kit-Kat-Kau, Jumi? Ja, was von Kit-Kat-Geschwätzt? Ich weiß. Jetzt machen wir mal einen auf. Auf ganz porneus.